Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von www.sachsen-fernsehen.info Wir haben hier gerade noch eine letzte Lücke erwischt, dass wir uns mal ganz kurz hier hinstellen können. Das Ganze wieder voll im Bild hier über ganz Leipzig. Schauen Sie sich das Feuerwerk an hier. Einmalig hier in Leipzig. Und da hinten die Arena, das Stadion. So, und hier vorne das neue Rathaus. Also Leipzig, voll im Blick dazu, aber ganz klar. Ja, und das ist wie jedes Jahr immer sehr beeindruckend. Das ist wie jedes Jahr.